Nein, das stimmt nicht. Auch wenn die gängige Praxis am Markt so agiert, es existieren mittlerweile Konzepte und Industriereibetechnologie, welche eine zukünftige Kontrolle über die Daten ermöglicht. Am Markt ist eine klassische Schwarz-Weiß-Denke etabliert. Das heißt, Firmen geben entweder ihre Daten heraus oder eben nicht. Das verhindert aber neue und innovative Geschäftsmodelle. Datenzentrierte Geschäftsmodelle sind eigentlich undenkbar aktuell. Mit Datennutzungskontrolle schaffen wir hier einen Graubereich. Das heißt, ich kann meine Daten herausgeben und dennoch Kontrolle über diese Daten behalten. Wir haben das bei unserem Institut in verschiedenen Anwendungsbereichen mittlerweile demonstriert. Zum Beispiel Ambient Assisted Living, Cloud-Technologien, Unternehmenssoftware, mobile Endgeräte, Industrie 4.0, aber auch für den eingebetteten Bereich.